Also Channel Consultant ist für uns ganz wichtig, ja dann in der Betreuung und das bedeutet, dass wir auch immer wieder Denkanstöße bekommen, was wir noch anders machen können, was wir vielleicht noch nicht daran gedacht haben. Ja unser CC, also unser Channel Consultant ist die Person, die für uns eigentlich die wichtigste Person ist in der Zusammenarbeit mit HubSpot. Also wir haben von unseren CCs ganz am Anfang extrem profitiert, da haben wir natürlich viel gelernt, weil die ganze Methodik war uns komplett neu. Einmal im Herbst natürlich, wenn Neuerungen kommen, ist es ganz gut mit dem CC sich wieder auszutauschen, zu gucken, wo man gerade steht, da sind wir im regen Austausch mit Julia gerade im Moment. Was kommt, was wird passieren, weil das ist immer die Frage die Kunden haben, was kommt denn als nächstes? Channel Consultant hilft uns dabei vorhandene Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln. Und da gibt es natürlich auch einige Herausforderungen, wo wir auch immer wirklich sehr auf Hilfe angewiesen sind. Das finde ich sehr, sehr geschickt von HubSpot gelöst, dass HubSpot einfach unterscheidet. Das eine ist der Channel Coach und das andere ist der Consultant für das gesamte Business drumherum. Und da geht es im Wesentlichen um einen Austausch auf einer Ebene, wo man eben auch genau weiß, hey, da sitzt jemand auf der anderen Seite, der in einem gewachsen ist und wo man viel, viel Input bekommt mit dem, was dann noch möglich ist. Und auch ganz aktuell haben wir mit Leslie gerade mit dem Thema zu tun, Integration, HubSpot und andere Software, die wirklich tricky ist. Und da machen wir Gott sei Dank die Erfahrung, dass Leslie immer jemand kennt, der jemand kennt oder der jemand, der irgendwas weiß. Und das Schöne ist, dass so eine Betreuung halt auch nicht alle sechs Millionen Monate sich verändert, sondern dass man auch den Menschen dahinter kennenlernt und einfach eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen kann. Die Leslie, die hilft uns dann auch, wenn wir intern Fragen haben zur Technologie zum Beispiel oder Fragen haben zum Produkt, zur Entwicklung, aber auch wenn wir Gesprächspartner suchen, um eine heikle Frage zum Beispiel zu beantworten, an die richtige Person zu weisen. Und deshalb eine sehr, sehr wichtige Person in der Zusammenarbeit mit HubSpot.